Beim Europa-Fest an diesem Freitag können sich die Berliner auf die heiße Wahlkampfphase einstimmen. Rund um das Brandenburger Tor werden auf einer Europameile wieder zahlreiche Informationen sowie ein Unterhaltungsprogramm mit Musik, Theater und Talkrunden geboten. Auf dem Europa-Fest können sich Interessierte von 11 bis 19 Uhr an 28 Ständen von europäischen Organisationen und Initiativen über Europa und die Bedeutung der Europawahl informieren. EU-Experten stehen bereit, um über EU-Themen zu diskutieren.